Hallo zusammen, die neueste Tankie, die Nummer 28. Beide Seiten als Grundton D, auf dieser Seite D-Harmonisch-Moll gestimmt. Auf der anderen Seite Blues. Ich habe die Form etwas verändert, dass es noch ein bisschen flacher ist. Ich mache mal ein kleines Vorspiel. Das ist die Harmonisch-Moll-Seite. Ja, die andere Seite ist der Blues. Auch als Grundton und D. Ja, alles Gute. Ciao. Ciao.